Du meinst wohl, ich bin heute dein Opfer? Das kann man so sehen, ja. Das kann man so sehen? Diet Müller ist nicht nur ein Menschen, sondern auch ein Tierfreund. Deshalb hilft er hier gern. Moin! Herzlich willkommen! Er ist die Dame? Unbedingt. Kamilla, Alexei. Grüß dich, hi. Und hier ist alles okay? Schön, dass du da bist. Oh, ich höre hier aber schon ohne hier. Begrüßungskomite. Ja, echt Begrüßung. Was haben wir hier dann für einen? Das ist Potter, das ist unser Privathund. Aha. Potter ist schon 15 Jahre alt. Der Potter ist blind und taub mittlerweile. Ach, der ist blind? Du siehst ja seine Augen. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Der ist blind, weil ihm halt damals die Leute Zigaretten in den Augen ausgedrückt haben. Was haben die gemacht? Wir sollen mal langsam. Ja, Tierquäler haben ihm halt Zigaretten in den Augen ausgedrückt und deswegen ist er halt erblindet. Was ist das denn für eine Sauerei? Was ich da für schlimme Sachen gehört habe, hat man dem Hund Zigaretten ins Auge gedrückt, dass er erblindet. Ich meine, wo gibt es denn so was? Wie kommt man auf so eine Scheiße? Das ist ja nicht mehr normal. Menschen sind zu ganz üblen Sachen fähig, das stimmt. Und ihr grätscht dazwischen und sagt, wir wollen das nicht, wir helfen den Hunden. Ihr holt sie raus. Wir holen die von der Straße und bringen die halt in unser Partner-Tierheim. Okay, das ist ja eine Aktion. Wurzeln wurde sogar auch adoptiert. Genau, ich wurde da adoptiert und bin da quasi so mit reingewachsen. Okay, und ihr beide seid ein Team oder ihr unterstützt euch gegenseitig oder wie läuft das hier? Genau. Ja, fein. Aber das ist ja hier ein Paradies für die Hunde, oder nicht? Wie viele haben wir dann gerade hier? 21. 21 Hunde, 21 Hunde und ein Transporter. Genau. Wo steht er denn? Oder willst du ihn mal herholen? Ich hol ihn. Ja, wir hol ihn. Hol ihn mal her. Der Citroën Jumpy von 2005 hat schon einige Rumänienfahrten in den Knochen. Kilometerstand über 300.000. Der TÜV längst abgelaufen. Aus Angst, mit den Hunden liegen zu bleiben, ist das Auto abgemeldet. Außerdem gibt es keine Klimaanlage. Für Menschen kein Problem, aber Hunde können nicht schwitzen. Sie sind viel hitzeempfindlicher. Er läuft doch noch. Ja, er fährt. Er fährt. Sogar bis nach Rumänien gefahren. Da ist einer hängen geblieben. Ja, gut. Dass das so gesehen ein Arbeitsfahrzeug ist, ist klar. Viele Haare. Aber das ist auch viel zu klein. Camilla und Alexej brauchen ein größeres Auto, damit sie so viele Hunde wie möglich vor der Tötungsstation retten können. Wir müssen die auch noch beichten. Die waren bis jetzt nicht nur Hunde drin, sondern letzten Winter. Wir fahren ja mit dem Auto auch Futterspenden. Da habe ich dann mal über Nacht die Futtersäcke im Auto gelassen. Und dann haben sich die Ratten eingenistet. Jetzt hör auf. Da sind da Löcher durchgebissen. Was? Ja, ich weiß nicht genau, wo die jetzt ins Auto gekommen sind. Nee, komm, jetzt reicht's. Ihr wollt einen Wagen. Am besten geschlossener Kasten. Klimaanlage komplett. Diesel. Ja. Frisch. TÜV. Gesund. Für den Hund. Genau. Was hast du? Also 3000 Euro haben wir und halt das, was du für den wunderschönen Wagen noch bekommst. Ja, da sehe ich aber ganz schwarz. Dieser Auftrag hat es in sich. Deed soll einen Transporter finden mit Klimaanlage. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Geld. Egal ob VB Crafter, Renault Master oder auch Mercedes Sprinter. Diese Fahrzeuge kosten 10.000 Euro aufwärts. Deeds Startkapital? Ein von Ratten bewohnter Citroën und 3000 Euro. Erst einmal muss der Citroën weg. Deed will diesmal neue Wege gehen und ihn im Internet versteigern lassen. Ne? Danke. So, also, das ist eine Internetplattform. Die stellt halt die Fahrzeuge ein. Händler können darauf zugreifen. Will ich den haben? Ja oder nein? Bieten sich hoch. Und vielleicht ist das meine Chance. Da kommt jetzt einer vorbei, also besser gesagt morgen, und dann wird das Ding online gestellt. Und dann heißt es, Daumen drücken. Na, seid ihr alle da? Hey, ja. Herzlich willkommen zurück. So, es gibt Neuigkeiten, hoppla. Ja, also, gute Schlitten unter 10, ganz, ganz schwierig, eher ausgeschlossen. Eine Crashkiste gibt es günstiger. Der Fakt ist, wir brauchen mehr Geld. Ich habe schon mal eine andere Aktion geplant. Da ging es um, kannst du kochen? Ja. Kannst du backen? Ja. Siehst du, ich habe auch schon mal was gebacken. Okay. In der Bäckerei. Habt ihr hier eine Bäckerei? Ja, wir haben da eine. Deets Plan, er will Kuchen auf einem Wochenmarkt verkaufen. Das hat er schon einmal gemacht. Und da klingelte die Kasse prächtig. Kennst du einen kalten Hund? Ja. Ist mit Schokolade, mit Kekse. Weißt du? Ja. Willst du da vorsprechen? Ja, ich komme mich darum. Kannst du auch ein bisschen Werbung machen? Das mache ich auch. Alles für den Hund. Machen wir. Kalter Hund für den heißen Hund. Das müssen wir jetzt machen. Hand drauf. 100 Prozent. Das machen wir. Ja. Letztes Mal hat es gut geklappt. Diesmal muss es noch besser werden. Guten Tag. Guten Tag. Da ist er ja. Hi, ich bin jetzt. Kosten? Richtig. Dann machst du die Bilder. Und du willst jetzt das Fahrzeug nicht gleich mitnehmen? Nein, genau. Wir stellen das Auto jetzt erstmal in eine Auktion. Ja. Für zwei Tage. Dann können ganz viele drauf bieten. Ganz viele Händler, die genau solche Fahrzeuge suchen. Aber was ist ein Auto noch wert, in dem Ratten gehaust haben? Also ein Tausender kann man für den Wagen kriegen. Der hat 300.000 runter. Hat Bollendellen, Kratzer, Macken. Sein Eigenleben. Zwei Mille sehe ich nicht. Wäre aber klasse. Aber was, wenn niemand bietet und das dann eher ausgeht? Torsten Butter bei der Fischel. Wo liegen wir jetzt preislich? Ich denke, über 1.000 könnte er bringen. Er läuft zumindest noch. Er fährt vor und zurück. Und? Sechs Sitzplätze. Also Audi, jeder. Jetzt wird der Wagen nicht zum vernünftigen Preisverkauf, sondern das Gebot hängt bei, keine Ahnung, 500, 600 Euro. Und ich sage, da habe ich keinen Bock drauf. Das kriege ich anders besser hin. Du kannst aber immer noch sagen, nee, das ist mir zu wenig. Dann wird dem einfach abgesackt. Hand drauf. Stell das Ding ein. Deed tritt auf der Stelle. Der Citroën-Verkauf zieht sich noch Tage hin. Und einen geeigneten Transporter hat er auch noch nicht. Jetzt will er sich einen VW Crafter ansehen. Ja, ein Kräfter ist jetzt gerade angesagt. Gut, ob der was taucht auf den Bildern, das ist immer so eine Sache. Ich muss erst mal hin. Ein relativ junger VW Crafter von 2013. Allerdings ist er schon weit gereist, über 210.000 Kilometer. Gut ist, er hat eine Klimaanlage für die hitzeempfindlichen Hunde. Und sehr gut ist, der Wagen ist Werkstatt gepflegt und hat nur einen Vorbesitzer. Preis 6.500 Euro. Markus, Deed. Roman Handfeger, Kehrblech, können wir zusammenfegen. Du übertreibst dich doch mal aus. Nein. Vom Fahren her ist das in Ordnung, kann ich nicht meckern. Ich mag ja die Ausstattung, aber magst du Löcher im Hocker? Mag ich nicht so gerne, nein. Wollen wir mal gucken, wie tief der Finger verschwindet. Ich kenn den Sitz. Du kennst den Sitz schon, du kennst das schon. Ora et labora, ne? Komm, komm, du machst doch noch mehr kaputt, als schon kaputt ist. Das sieht doch scheiße aus. Da soll doch eine Frau einchecken. Ja gut, aber du kriegst das beim OB ganz billig für 5 Euro. Denk nicht mal dran, das kostet alles wieder Geld. Da hinten die ganze Klappe ist doch verdellert. Das Rückblick ist im Arsch. Hier vorne muss ich schon selbst was reparieren. Ja, wie soll das denn weitergehen? Dafür bedanke ich mich noch mal herzlich per Handschlag, dass du das repariert hast. Finde ich geil, ehrlich. Zu dem Rücklicht kommen wir gleich noch. Lass uns erst einmal über die Kohle reden. Ich habe doch schon gesagt, ich habe doch 5,5 gesagt. Nee. Habe ich nicht? Und ich habe 6,5 gesagt. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir auch richtig ein Problem. Das ist die Sache nicht wert. Nein, 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 nein. Weißt du, natürlich hat er hier mal eine kleine Delle da, mal ein Kratzer. Das ist ein Transporter. Das macht ja auch nichts. Und er hat 210.000 Kilometer drauf. Also er ist keine Jungfrau. Ja, richtig. Laufleistung, Laufleistung. Ja, wo liegst du denn? Im Export liege ich normalerweise bei über 7. Im Export? Wir haben jetzt jetzt 6,5 gesagt. Im Export? Ja, logisch. Habt ihr das gar nicht gehört? 7.000 Euro für den Export? Also das 5,5 geht auf keinen Fall. So, jetzt kommen wir mal einen Schritt entgegen. Du, pass auf, ich bin gerade noch gar nicht so flüssig. Was ist in der Mitte? Was war das? 5,8 oder was? Nee, 6,5. 6,5 und 5,5 ist die Mitte. Ja, komm. Ich dachte, du kannst rechnen. 6 Mille. Und ich mache noch das Rücklicht, aber dann muss gut sein. Rücklicht. 6 und fertig. Und davor gebe ich das mal das Händchen. Das halten wir erst mal fest. Wenn einer auf den Hof kommt, schickst du weg. Das Ding geht nicht in Export. Nein. Der bleibt hier. Und du holst ihn aber auch. Ich gebe mir die größte Mühe. Alles klar. Ich muss noch ein Verscheinchen machen. Alles klar. Wie lange brauchst du dazu? Ach komm, jetzt machen wir nicht fertig, du. Die Uhr tickt. Jetzt hat das Ding 200 runter. Andere würden sagen, oh Gott, oh Gott, viel zu viel runter. Das geht doch nicht. Alles Schwachsinn. Das Ding hat einen korrekten Service. Wurde top gepflegt. Erste Hand. Da saß immer nur ein Fahrer auf dem Bock. Ja, wo gibt es denn so was noch? Also das passt hier zusammen. Preislich in Ordnung. Jetzt habe ich mal ein Problem mit dem Geld. Geld muss her, ne? Die alles entscheidende Frage ist nur, wie? Gebrauchtwagenexperte Det Müller will deshalb zusätzlich zum geplanten Kupenverkauf mit einem Autohandel Geld verdienen. Dafür setzt er die 3000 Euro von Camilla und Alexej ein. So, jetzt bin ich hier in Edewecht bei Witwe Bolte und der machte immer, was ich wollte. Ein Renault-Modus von 2007. Det will das Auto günstig einkaufen, dann notwendige Reparaturen erledigen und es teurer weiterverkaufen. Das funktioniert aber nur, wenn der Renault keinen größeren Schaden hat. Sonst lohnt sich ein Zwischenhandel mit diesem Auto nicht. Der Gebrauchtwagenexperte muss ganz genau hinschauen. Also dieser Modus, ne? Der Name ist schon komisch und optisch ist das echt eine Vollkatastrophe. Von hinten sieht der Wagen aus wie so ein Fisch, so ein Glupschkorken, ne? So ein erschrockener Karpfen, so. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Wer hat sich das ausgedacht? Haben die in der Konstruktion früher auf Heuerabend gemacht? Michael, du meinst wohl, ich bin heute dein Opfer. Das kann man so sehen, ja. Das kann man so sehen? Michael. Det, was sagst du, läuft der gut? Ja, keine Meckern. Wer will es denn haben für das Designwunder? Ich würde sagen, 2,6, das ist ein guter Kurs. Oh, nee, du, komm, 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 komm. Ich meine, da hinten die ganze Kleberei da. Ja, komm, das ist doch 5 Minuten. Ja, über Steinschläge will ich nicht meckern, aber ich meine, du weißt selbst, die Gummis sind auch scheiße. Die sind uralt, ne? Hinten schon kurz vor Glatze, da hast du den Winter drauf und vorne, da weißt du, da haben sie auch was von der Frontmaske weggerissen und dann passt das auch nicht. Komm, sein alter, hat er, ich denke, das ist egal. Reifen mache ich dir viel neue drauf. Ich will jetzt auch nicht anfangen, weißt du, hier ins Kleidliche zu gehen, aber ich meine, hinten ist auch was, was du gesehen hast, hier ist nur eine kleine Macke, dann hast du hier noch wieder was, guck mal hier. Das muss ja sein, es ist ja kein Neuer. Ja, ist klar, aber guck mal, hier hat auch noch ein Opferbuch gekriegt, ne? Trotz einer Kupplung, wie geht das? Keine Ahnung. Weißt du auch nicht? Nee. Wie viel Hand war der überhaupt? Zweite Hand. So, komm her, zweite Hand, 1,500? Nee, das schaffe ich nicht. Nee, echt nicht. Zwei muss ich haben. Aber dann mit Reifen. Mit Reifen. Ich mache dir das wirklich Reifen, alles was wichtig ist für Sicherheit, das ist kein Thema. Ähm, ich meine... Zwei schaffst du. Schaffe ich, schaffe ich. Weißt du, was ich für Probleme habe? Ich muss es auch schaffen, ich habe für das Auto mehr gegeben. Quatsch. Ja, natürlich, klar. Nee, das hast du nicht. 76 auf der Uhr. Das glaube ich nicht. Ja, doch, doch, doch. Pass auf, okay. Zwei mit Reifen, aber bitte, bitte mit Zucker obendrauf, werkstattfrei, kann ich noch einmal drauf. Ich muss hier die Sauerei wegkriegen, das sieht doch schäbig aus. Guck mal hier. Das muss weg. Das muss weg. Genau. Und du, ich packe auch mit an, lass mich rauf. Ja. Ich nehme die Dinger runter, mache das Pico und dann sind zwei okay. Ja, okay. Geht klar? Alles klar. Deal. Machen wir. Die Aktion ist heute ausgelaufen und euer Auto hat tatsächlich noch 1.150 Euro gebracht. Ja, das ist doch geil. Ich habe ja gedacht, alles über einen Tausender ist schon mal super. Gut, gut, gut. Weißt du was? Bei mir klemmt nämlich richtig der Gang. Ich muss mich ganz schön krumm machen und ich komme hier so nicht weiter. Ja, pass mal auf, mein Chef Rick, der möchte euch gerne noch 500 Euro dazugeben. Ey, geil. Das finde ich Bombe. Kassensturz. Deet braucht 6.000 Euro, um den Hunderettern ein neues Rettungsmobil zu kaufen. Sein aktueller Kontostand ist mit 2.650 Euro davon noch weit entfernt. Am nächsten Tag im Einsatz für die Hunderetter. Deet macht sich auf den Weg nach Bremen, um den Modus einem Renault-Händler anzubieten. Ja, wie drücke ich den Modus raus? Ich meine, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst inserieren, das dauert aber. Dann hast du das nächste Problem, fährst du von A nach B, äh, nee. Ja, wir lassen hier, kriegst du Bar Cash, aber weniger. Ist ja auch blöd, oder? Wo kommt der Wagen her? Von Renault zu Renault. Dann wollen wir mal. Also, pass auf. Gut, ich habe natürlich da ein Herz für. Für Tiere sowieso. Siehst du? Von daher würde ich sagen, gut, komm, 2.8. Gehe ich hoch. Boah, ey. Da komme ich aber richtig runter. Das kannst du doch nicht machen. Fass doch mal hier die Gummis an, dann ist Flammen neu. Weißt du, was hier die Pellen kosten? Was hältst du denn von? Oh, das tut mir jetzt echt weh, aber gut, okay, auf. Also, pass auf, ich habe eine Idee. Ich habe echt eine Idee. Du schreibst mir jetzt einmal schön deinen Namen aufs Armaturenbrett, richtig schöne Unterschrift. Und dann würde ich 3.2 als mein allerletztes Wort kriegen. Dann schreibe ich auch, I love Dennis drauf. So, genau. Das nehme ich. Abgemacht. Jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja, mache ich. Bitte. 3.2 sind wir dabei. Geht doch. Det muss heute über 3.000 Euro auftreiben, sonst kann er den Transporter für die Hunderetter vergessen. Jetzt ist er seinem Ziel ein entscheidendes Stück näher gekommen. Ab jetzt ist der Verkauf geöffnet. Ja, alles klar. Hand drauf. So, machen wir das. So, Stift für dich. Danke. Scheine für mich. War mir eine Ehre. Danke. Und schon raschelt es in Deets Portemonnaie. Den Renault konnte Deets zwar mit einem Gewinn von 1.200 Euro verkaufen, aber der VW-Transporter, den die Hunderetter so dringend brauchen, kostet leider 6. Was Deet nicht weiß, auf dem Wochenmarkt rollt der Rubel und die Hunderetter sind die Attraktion. Jetzt ist hier ein Seniorenverein gekommen und nehmen uns jetzt 6 von unseren übrig gebliebenen 7 Küken, nehmen die mit. Ob flüssig oder fest, der kalte Hund ist auf dem Wochenmarkt der Renner. Die Bremer Förder wollen den Hunderettern auf jeden Fall helfen. Kommen Sie hier nochmal her. Moin. Moin, die Damen. Wollen wir noch einen Tanzkurs machen? Ja. Habt ihr Hunger? Ja, richtig. Ja, dann muss ich erstmal gucken, was hier los ist. Ja, genau. So. So. Hi. Na, wie läuft? Haben wir gute Laune? Ja, na klar. Guck mal, wir haben schon alles verkauft. Kann doch mal nicht wahr sein. Was hast du? Pass auf, in der Zeitung sind wir auch. Kalter Hund für neues Auto. Jetzt geht's zur Sache. Bremer Förder Wochenmarkt. Und kommt auch was raus? Das ist der letzte. Echt? Ja. Ja. Mit ein paar Autogrammen on top verkauft Deet die letzten Stücke. Und dann? Kassensturz. Ja, ich sag mal so, dass hier was drinsteckt, ist klar. Das sieht man ja nur, wie viel da drinsteckt. Was sagst du, Großer? Ist das geil? Ja. Dann wollen wir mal, ne? Wie viel Geld ist auf dem Wochenmarkt zusammengekommen? Allein das Altenheim hat ja 150 Euro gespendet. Damit kann Deet den Transporter für die Hunderetter bezahlen. 751 und 40 Cent. Habt ihr das gerade gehört? In Rumänien gibt's gerade eine Party in den Zwingern. Also in den Hundezwinger, ne? Zwinger-Club. Die Befreiung steht vor der Tür. Wir haben's. Achtung! Ja, cool. Wow! Ein Riesenauto. Ein Riesenauto. Wow. Der Wagen ist abgecheckt und durchgeprüft. Ihr müsst nichts mehr machen. Ihr müsst auch noch einsteigen und abfahren. Anhängerkupplung auch noch. Dann kannst du richtig was reißen. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Hunde. Auch wenn ihr jetzt den ganzen Hundehof in Stand halten wollt. Das ist ja alles machbar. Kommt auf die andere Seite. Und hier kann die Dame noch einmal das Handschuh fahraufmachen. Oh, Tankgeld! Ja, Tankgeld, Tankgeld, Tankgeld.